...tun, um das ewige Leben zu erhören. Was steht in der Sätze geschrieben? Willi, Jesus, du. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Vermögen und deinem Gelegen. Und wer ist mein Nächster? Und Jesus antwortete und sprach, Auf der Straße von Jerusalem nach Jericho sind viele reisende Maiskaufmänner unterwegs. Die Straße ist sehr beschwerlich, weil sie über Bergen und durchschluchten führt und gefährlich ist sie auch. Rauber lauern Ahnungslosen, Kaufmänner auf, um ihnen ihre Geld, ihre Waren, ihre Kleidung und ihre Reiziere zu stehlen. Ich bin der Kaufmann von Beruf, ein Lob an, denn dieser Arbeit schuf. Diese Reise hat sich so viel ausgezahlt. Alle Waren habe ich an den Mann eingebracht und ein stolzes Himmel habe ich eingenommen, Nur mein Geld, nur mein Geld ist das schönste auf die Welt. Voll zufrieden mit sich und der Welt reitet der Kaufmann, singend aus sein Esel dahin, doch plötzlich verstummelt er. Was war denn das? Komisch, dass wir Steine lang unterrollen. Na ja, wahrscheinlich habe ich doch mein Singen ein Tier erschraubt. Nein, wenn der Kaufmann aber das Lachen vergehen, denn drei Räuber stellten sich in den Weg. Du bist gefangen und kommst nicht weg. Hände hoch! Hör mir den Geld! Sind ja verrückt! Gar nichts, was ich tue! Nicht immer meine Leiche! Das kannst du haben! Mit einem Schlag liegt der Kaufmann am Würde. Alle Räuber stört den Zigarlin. Noch wird sich der Kaufmann mit allem sagen. Stille! Stille! Sie stellen mir mein Geld! Mein Geld! Guck mal! Der hat auch keinen teuren Mann, der Land. Der kann völlig verkaufen. Das nehmen wir auch nicht. Gegen die Räuber hat der Kaufmann keine Chance. Brutal wird er zusammengeschlagen. Schlüssel hielt er wehrlos und halbtot auf dem Boden. Und überall blutet er. Wir wollen ihn verstärken. Das hat sich voll ausgezahlt. Hoffentlich hat er unser Gesicht nicht gemerkt. Ne, keine Blüte. Der muss froh sein, wenn er jemanden findet, er ihn begräbt. Den Nessern nehmen wir auch. Komm! Lass uns nachhaulen und die Beute zeigen. Oh mein Gott! Ich kann mich gar nicht hinsetzen. Hier ist lauter Blut. Meine Hand bin nicht mehr durch. Aber ich komme hier regelmäßig vorbei. Da liegt er nun der Kaufmann, schwer verhundert, blutend und unbändig sich zu bewegen. Und weit und breit keine Hilfe in Sicht. Doch halt! Da kommt noch jemand. Was wir an uns würden hier gegen? Und diese Straße, sie können auch was rausgebaut sein. Dieser Mann ist ein Priester. Er arbeitet im Tempel in Jerusalem. Seine Aufgabe ist, dass wir die Menschen dazu sagen, für sich zu bewegen. So, jetzt soll sie mich beeilen. Die Sonne steht schon recht tief. Und ich bin heute für den Tempelins eingetragen. Ich darf auf keinen Fall zu spät kommen. Na so, was? Ein herrenloser Schub. Wow, was für gute Kohleteen. Große? 43. Meine Größe. Vielleicht liegt der zweite irgendwo herum. Schau mal. Da ist der Jacht. Aber da ist noch ein Fuß drin. Und da hat er zugehört, der Mann. Oh Mann, da ist sie aber schlimm zugerichtet. Ich sage ja, dass diese Gegend unwirtlich ist. Hoffentlich sind diese Typen, die diesen Zug zugerichtet haben, nichts mehr in der Nacht. Da halte ich lieber nicht. Sonst sind die ja noch so nichts wie weg. Außerdem ruft sowieso die Arbeit und vergelten kann der Wierer sagen nicht mehr. Wie ein Gehörter blitzigt der Kaufmann. Ist der Rüster verschwunden. Der arme Kaufmann. Doch halt, da kommt nach jemand. Du meine Güte, ist das hier staubig. Das Straßenbauamt könnte ich jetzt öfter nach dem Rechten sehen. Dieser Mann ist eigentlich fit. Er hilft dem Priester beim Gottesdienst. Da liegt ja einer, der braucht einen Arzt. So wie der aussieht. Verwahr das noch einmal. Ich kann ihn nicht verunreinigen, weil ich den Ball dienen muss. Ja, das kommt mir gerade recht. Ich bin meine Kleine, nicht schmutzig mein. Sollte ich von jemand anderem um den armen kümmern. Der Witwe versichert sich noch schnell, dass er von niemandem gesegnet war. Wir sägen und er lasst auch Hilfeleistung. Und dann ist er auch schon weg. Das ist kein Unglück, denn du bist bei mir. Ach du meine Güte, da liegt ja ein Verletzter. Dieser Mann kommt aus Samarien. Er ist ein Samariter. Die Juden mögen diesen Leuten nicht. Denn die Samariter halten nicht an die strengen Rituale der Religion. Sie haben sogar einen einigen Tempel. Deshalb gelten sie als Feinde. Doch schaut, der Samariter hilft den Verletzten. Hallo Sie, keine Angst. Ich werde Ihnen helfen. Der schwerverletzte Kaufmann rührt sich nicht. Der Samariter holt seine Wasserflasche und Verbandszeug vom Esel und beginnt die Wunden des Kaufmanns zu reinigen. Er versucht sogar den Verletzten etwas, was reinzuflösten. Behufsam legt er über die größten und tiefsten Wunden Verbände an. Ich werde sie jetzt auf meine Nähe anbieten und will ihn zur nächsten Helder bringen. Dort schauen wir weiter. Dort schauen wir dann weiter. Schau an, da ist ja ein Start. Ich brauche Ihre Hilfe. Ich brauche ein ruhiges Zimmer und ein bequemes Bett für den Patient. Was ist denn Ihren Freunden passiert? Ich kenne diesen Mann nicht. Er lag am Wegesrand. Ihn muss fürchtlich das passiert sein, so wie er aussieht. Der Arme kann ja nicht einmal reden. So schluck geht es ihm. Komm herein. Guten Morgen. Der Samariter wacht die ganze Nachbarn Kaufmann. Er gab ihn zu trinken, laget ihn und gibt ihm Nähe und Sicherheit. Frau Wirth, ich muss weiter. Ich bitte die Gabe, dass du dich um den Kaufmann kümmerst. Bist du dir ganz gesund bist. Ich habe dir keine leichte Aufgabe, die du von mir verlangst. Ich bezahle dich auch dafür, dass der Kranken nicht gefehle. Hier hast du Geld. Nun soll das nicht zahlreiche, so gebe ich dir mein Wort, dass ich auf den Rückweg herkomme und den Rest der Kosten bezahlen werde. Du bist aber großzügig, Samariter. Aber noch besser ist, dass du sehr vermerzig bist. Der Samariter hat Gottes Gesetz erfüllt. Liebe Gott von ganzem Herzen und deine Nächsten wie dich selbst.